4. Juli 1954 im Wanddorfstadion von Bern. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein tolleses Kerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Kopfball abgelöst, auf den Hintergrund muss man anschließen. Turek! Turek, Turek, Turek! Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!